Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Service Perverts. Oh Gott, mein Oha-Hallo klang gerade da sehr übertrieben. Entschuldigung. Ja, wir machen uns auf den Weg mit unserem kleinen Google-Spot. Und den fünf Jackies. Yay! Wir können es überspringen, sehr gut. Äh, obwohl, halt, 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 halt. Hä? Wo sind denn die Jackies hin? Das Licht der Kerzen scheint überscheucht zu haben. Ah, ah, kackendreck. Oh. Oh Gott, müssen wir die jetzt wieder von ganz hinten holen? Ah, wir müssen die wieder von ganz hinten holen. Aber es bringt ja nichts, wenn ich die Kerze Feuer auspuste, oder? Weil die Kerzen sind doch dann wieder an, oder? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal ganz kurz aus. Und dann muss man auf jeden Fall noch die Entwickler-Kommentare uns anhören. Und davon haben wir nämlich noch welche. Deswegen gehen wir mal doch nochmal ein Stück zurück und erstmal hier unten hin. Denn hier war, glaube ich, auch noch ein Kommentar. Und mit den Jackies zusammen können wir hier natürlich nicht reingehen. Deswegen, ja, deswegen. Und jetzt haben wir noch gerade gesehen, wo Marco gerade ja in das Zimmer ist. Und das ist eigentlich eigentlich, äh, der ist so gut, dass wir da sind, oder? Ähm, dann warten wir an. Nee, warte mal. Äh, ich habe da viel besser gesehen. Und zwar, äh, quere, ich habe das gemacht, was ich schon die ganze Zeit gemacht wollte. Okay. Gerade war ich nicht da. Ich war das. Ja. Mwahaha. Marco, not in the house. Und, äh, schon schwecken die Tauben auf den Knack. Marco ist gerade kurzer Außenraum, ein Traum, endlich freie Bahn, den etwas cooleren Kommentaren. Ich dachte, es ist und dass er noch mehr geht und sieht, wie plötzlich Qualität entsteht. Teterete blöd, es ist mir glissermaßen ein Gedicht euch nur mit krassen Anektoren zu bespaßen. Über die und jene solch massenweise Glasengassenhauer zu verfassen, sprich ich ein Problem, da lassen über, 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 über. Wie hast du noch bei der Graf zu gehen? Da kam doch schon eine Einbeaufgabe, der was ist. Müll oder was so ähnlich. Aber hier, bei der Frau, da machen wir noch mal, äh, wir haben auf jeden Fall, äh, hier, hier hat mein Sechs geschrieben, also ein bisschen nachgegeben, immer, ähm, hier zur, äh, oder fast ruhig. Aber, äh, oder hier, bei der Atmation, da, ohne, äh, mit Gunnar, ne, mit Gunnar, wenn er zu tun ist. Ah, ich würde mich mal erzählen. Äh, äh, ich glaube, ich werde verrückt, nichts Glück, Marco kommt bei zurück. Und ich hab' aus der Stammel noch nicht die Stammel gekriegt, so viel geschickt, verbrügt. Die Freude über Kunst, voll da gibt's Bohnen-Zonen. Es muss nach Markus Sitz freien, frisch gewaffeln übers Kinn sein, und all den blöden Insidern. Doch wer so will sein, es gibt doch so viel Spannendes, entwicklungsrelevantes, was für euch interessant ist, und bislang nicht genanntes, zum Beispiel, als Karls, damals könnte die Hitze noch starten, und er sagte, er, das war geil, er sagte, er, er sagte, er, äh, oder hier, äh, oder hier, äh, Oh Gott, verdammter Shit, ey, senk doch mal bitte mit, ey, egal, was ist noch, bitte, ich höre schon draußen zurück, ey. Ja, ja, komm einfach reinmachen. Ne, wir machen jetzt weiter, wir können jetzt weitermachen. Okay, ähm, er ging ganz schön ab, und das Blöde war leider, oh, dass der Hintergrundsaunt ziemlich laut war, ne, ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch so laut war, aber eigentlich war das meine Meinung gar nicht so laut eingestellt. Äh, ne, überhaupt nicht. Äh, äh, gut, wir können es jetzt nicht mehr ändern, es tut mir leid. Wir haben jetzt, äh, den wunderschönen Gesang leider nicht so schön, äh, hören können. So, ich puste mal hier auch aus kurz. So, und jetzt gehen wir mal wieder hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt den ganzen Bildschirm ablaufen müssen wieder. Das Problem ist, ich bin ja mein, dass wenn wir jetzt hier gehen, dass die Kerzen dann wieder alle alt sind. Okay, hier ist aus. Okay, die sind aus. Okay, vielleicht bleiben die auch jetzt erst nur aus, weil die jetzt die Jackies holen können. Wir müssen es leider im nächsten Screen auch nochmal testen. Und hier waren ja auch noch Kerzen. Weil sonst rauschen die Jackies alle wieder ab, wenn die das Licht hier haben. auspusten. Eine ganze Menge auspusten. Und die nehme ich auch alle. Gute Nacht, Mama. Aber bisher müssen wir nämlich die Jackies bringen. Und hier zur Statue müssen wir sie locken. Gute Nacht, Mama. So, jetzt hoffen wir mal, dass die alle aus sind, die Kerzen. Die sind noch aus. Ja, und die sind nämlich wieder an, seht ihr? Das ist doch ein bisschen dämlich. Ich weiß nicht, wie ich das gleich machen soll mit den Jackies zusammen. Halt, rauspusten, halt. Was ist so anstrengend, wenn der Bildschirm sich gerade bewegt? Ähm, war das jetzt da? Ne, das war natürlich noch höher. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so gehen soll. Das werden wir gleich sehen. Ey, diese Kerzen. Jetzt hätte ich gerne diese Kerzen alle weg. Ja, die ist natürlich auch wieder an. Wer auch immer, ne, die hier angemacht hat. Ja klar, Mulachai ist hier wieder lang gelaufen und hat alle angezündet. Natürlich. So. Hier natürlich auch wieder alle ausmachen. Aber der Jacky ist schon noch hinten bei den anderen fünf, oder? Der sitzt jetzt nicht wieder hier. Das wäre ein bisschen frech, wenn das so wäre. Na. So, da bitte noch auspusten. Gut. Okay, Spot. Mach mal ein Stück vor. Kann ich gar nicht sehen. Jetzt müssen wir mal wieder warten, bis der anhält. Spot, bleib stehen. So. Jackies. Guck mal Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich. Ja, das kennen wir. Und auf ein neues. Und auf ein neues. Zack. Alle in einer Reihe bitte. Angestellt und mitkommen. So, hier ist aus. Hier ist aus. Hier ist aus. Hier ist noch aus. Okay, hier haben wir auch noch Glück. Ah, scheiße. Oh nein. Oh, jetzt fehlt uns der Entwickler-Kommentar. Ach kacke. Ah, wir machen das Ganze nochmal. Denn wenn ich jetzt wieder rausgehe, werden die Lichter wieder an sein. Alter, geht der nicht mehr zurück, oder was? Wir kommen nicht mehr zurück. Nein. Er geht mit den Jackies zusammen nicht zurück. Verdammt. Gut, dann haben wir jetzt leider doch noch einen Entwickler-Kommentar verpasst. Denn ich glaube, wenn wir die Jackies auf die Statue setzen, beginnt das nächste Kapitel. Jetzt sieht die aber wieder an hier. Ich kann sie nicht anklicken. Hä? Hä? Ja, Alter, wie dumm ist das bitte? Ich habe sie doch ausgepustet. Gehabt. Aber das geht doch nicht. So geht das doch nicht. Ey, Leute, so geht das einfach nicht. Ey, wirklich, dann drehe ich ruhig dich durch. Ich kriege da richtig ein Hals bei. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen. Wirklich. Ich würde ganz andere gerade sagen. Ey, wie oft soll ich das denn auspusten hier? Wenn das so wieder... Ich kann die Jackies ja nirgendwo stehen lassen einfach. Alter, jetzt mach diese Scheiße aus. Ey, dreh durch, wirklich. Ohne Witz. Mann, gute Nacht, Mama. Sorry, wenn ich so abgehe, aber... Ich muss mich echt beherrschen. Normalerweise würde ich noch viel schlimmer abgehen. Echt, bei sowas werde ich... Echt, da werde ich aggressiv bei sowas. Das geht doch nicht, wenn die Kacke jedes Mal wieder an ist. Wenn ich mit den Jackies zusammen... die nicht auspusten kann. Da, wie soll denn das gehen? Jetzt muss ich die ganzen... Echt, ich muss so viel piepsen, wenn ich jetzt hier weiter rede. Alter. Boah, ich glaube echt, das wird eine sehr kurze Folge werden. Ich werde jetzt dieses Entwickler-Kommentar nochmal anmachen. Und dann, glaube ich, muss ich mich hier erstmal abreagieren. Ich weiß nicht, ob ich das... Das ist so kurz, wir haben gerade mal 10 Minuten. Nicht mal, nicht mal. 5 Minuten. Also ich werde es noch einmal probieren und dann ist für mich hier, glaube ich, Feierabend. Dann muss ich das in der nächsten Folge einfach zusammenschneiden dann. Für die nächste Folge. So, die pusten wir noch aus und dann hören wir uns das Entwickler-Kommentar noch an, dass wir das halt nicht vergessen. Ah, das hier ist jetzt der Raum. Das hier ist jetzt der Raum, wo Marco sich quasi mitgefilmt hat, wie er den Raum painted. Also vorgezeichnet hat er auch diesen Raum auf Papier und hat dann, während er den Raum koloriert hat, irgendwie so ein Tool, so ein Fraps-Ding mal mitlaufen lassen, was damals auch noch irgendwie 1632 oder sowas ein bisschen anstrengend war, weil der Rechner ein bisschen langsamer war. Da musste man auch kurbeln und so weiter. Ja, genau. Da hat immer einer unter dem Tisch gesessen und gekurbelt. Richtig. Und das Äffchen dann im Laufrad und so weiter. Ja, ich glaube, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man sich das Video sogar angucken. Mhm. Es war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Es hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist halt total irre, wenn man dir dann dabei zuguckt, wie du dann halt irgendwie von Wolke zu Wolke springst, so. Und Stück für Stück entsteht dabei halt so ein Kunstwerk. Das ist schon irre. Aber ich mag den Screen auch vom Aufbau von denen. Also gerade diese beiden Tannen, die halt irgendwie so in den Mond rein ragen. Das ist so diese Hanglage, als sie das Ganze so fischaugemäßig zu den Seiten hoch biegen. Ich glaube, ich musste bei dem Screen immer ein bisschen in Monkey Island an die Schwertkämpferin denken. An den Screen mit der einen Hütte im Wald. Ah, ja. Es kann aber auch sein, dass der komplett anders aussieht. Aber irgendwie hat der sieht schon ein bisschen anders aus. Der sieht schon ein bisschen anders aus. Mit der Brücke. Ja, aber schon viel tiefer im Wald. Aber das hier ist schon ganz eingestimmt, gerade durch die Kerzen. Das ist natürlich nochmal ein ganz enormer Wahnsinn, dass du halt irgendwie überall zwei Versionen gemacht hast. Einmal Kerzen an, Kerzen aus und das für jede einzelne Kerze. Die können wir ja alle ausmachen. Oder anmachen. Oder ausmachen. Ich weiß nicht. Oh. 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 Ja, soweit ist schon eine Menge Arbeit auf jeden Fall. Okay. Letzter Versuch für diese Aufnahme, wenn es nicht funktionieren sollte. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich es machen soll. Sonst ehrlich gesagt. Und ich bin halt gerade ein bisschen gefrustet. Ja. Ich bin gefrustet. Sagen wir es so. Guck mal Spot. Oh Gott. So. Komm, alle aufstehen. Dann drei und biet. Und auf ein. Ich bin so ungeduldig manchmal. Das geht gar nicht klar. So. Oh kacke. Es tut mir leid. Gut. Das war zum Glück nicht so lang. Oh. So. Tolle Wurst. So. Und beim nächsten ist wieder alles an. Spätestens bei der Brücke. Ich weiß nicht, ob das auf Zeit ist oder was. Ob man das vielleicht einfach schnell machen muss. Das wäre blöd. Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall schon wieder Pech, weil wir ja uns das Entwickler-Kommentar angehört haben. Und sie sind an. Soll ich die denn jetzt auskriegen? Ich kann nichts. Ich kann weder mein Inventar öffnen, noch kann ich irgendwas anklicken. Weil sie jetzt hinterher gelatscht kommen. Alter, ich dreh durch. Ich dreh einfach durch. Alter, ich hack diese Kerzen auch ab. Ist mir egal. Hack sie um. Oh doch, hack sie einfach um. Hack sie weg jetzt. Ich schwör, es hack die Dinger weg. Diese Kerzen weg. Das brennt nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh du. Ich hab keine Ahnung Leute. Ich weiß es nicht. Und ich hab jetzt einfach keine Lust gerade mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich brauche dringend eine Spielpause. Ich werde hier einfach einen kleinen Schnitt setzen. Die Folge wird natürlich aber nicht nur 10 Minuten lang sein. Oder 15 Minuten. Nicht mal. Oh Gott. 10 Minuten wahrscheinlich wirklich nur. Ja, ich werde einfach in der nächsten Folge hier noch ein bisschen was, wenn ich das nächste Mal aufnehme, hier einfach noch ein bisschen ran klatschen. So ist der Plan. Also ich glabere jetzt nicht weiter. Tschüssü. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SwissBitWorld. Ja, hier so mittendrin quasi. Ich kann sein, dass ich glaube ich den Teil vom letzten Mal hier mit vorgeschnitten habe. Allerdings, ähm, habe ich da aufgehört. Damals, oh, es ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, wann ich das aufgenommen hatte. Jetzt auf jeden Fall ist, äh, Februar. Und zwar schon Mitte Februar. Ich muss mal ganz kurz auf den Kalender schauen. Der 17. ist heute sogar schon. Seht ihr? Ähm, ich hab so ein bisschen Probleme, um mir die Tage momentan zu merken. Ja. 17. Februar. Ich hatte eine lange Zockpause. So ein bisschen weiß ich allerdings noch, was wir machen müssen. Wir müssen die Kerzen auspusten, weil wir müssen mit den Jackies nämlich hierher kommen. Ich habe mich gerade von Spot erschrocken. Oh je. Ähm, wir müssen überall die Kerzen auspusten. Das ist das Problem gewesen, das weiß ich noch. Allerdings, ähm, war das so seltsam, denn als wir wieder hier waren, waren die Kerzen wieder an. Gute Nacht, Mama. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, ich weiß nicht, was wir da falsch machen, ehrlich gesagt. Gute Nacht, Mama. Ich habe keine Ahnung. Deswegen machen wir es einfach jetzt nochmal. Gehen überall lang und machen überall die Kerzen aus. So, hier sind die jetzt noch aus. Ich hoffe, die bleiben jetzt auch aus. Die sind nämlich mal wieder angegangen. Das weiß ich auch noch. Das hat mich nämlich so doll geärgert. So, und ich weiß nicht. Ich hoffe, dass wir überall uns die Entwicklerkommentare angeschaut, beziehungsweise angehört haben. Ähm, ich hoffe, dass ich keinen Ort vergessen habe. Ich weiß nämlich nicht, wenn wir das hier geschafft haben, die Jackis dorthin zu lotsen, wo wir sie gerne hinhaben wollen. Ob wir dann, ähm, das Areal gleich verlassen oder ob wir uns dann nochmal hier umschauen können, das weiß ich natürlich nicht. Ich spiele das ja hier mit euch zusammen das allererste Mal. Ich versuche mich selber auch nicht zu spoilern. Also ich gucke auch, ähm, nur in eine Lösung. Wenn ich es unbedingt muss, wenn ich absolut nicht mehr weiterkomme, und dann sage ich es euch natürlich auch immer, wenn ich es gemacht habe. Also wenn ich in eine Lösung gebickt habe, sage ich euch das natürlich immer. Ähm, so, hier muss es mal lang auch, ne? Hier ist keine Kerze. So, hier haben wir jetzt natürlich noch... Boah, ist nicht an Kerzen. Boah, ich hoffe wirklich, dass sie nicht wieder alle angehen, ey. Das ist so ärgerlich. Das hatten wir beim letzten Mal. Ich weiß das noch. Ich habe mich so drüber geärgert. Das ist natürlich auch langweilig, wenn die ständig das Gleiche machen. Ich will ja auch weiterkommen. Aber ich glaube, da brauche ich auch nicht in eine Lösung schauen, weil ich denke, das ist, ähm, sehr offensichtlich, dass wir das ja tun müssen. Weil die Yakis haben Angst vor, vor Licht. Und deswegen gehen die dann auch nicht weiter, wenn hier irgendwo eine Kerze brennt. Und deswegen sind ja auch die Kerzen, weil die, ähm, Dorfbewohner ja nicht wollten, dass die Yakis ihre, ähm, laute Musik machen. Zumindest jetzt mal. Weil sie Angst haben, Kali dazu wecken. Ähm, so, Spot. Spot. Ich muss jetzt mal wieder zu den Yakis da. Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet, irgendwie. Und auf ein neues. So, ja, das kennen wir ja. Jetzt müssen wir aber leider uns jetzt auch antun, denn das kann ich nicht überspringen. So, und jetzt hoffen wir bitte, dass überall, äh, die Kerzen aus sind, ne? Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht, wenn ich es auch mal so ein bisschen schniefe. So, hier hatten wir jetzt also schon mal Glück. Ich weiß nicht, ob wir es schneller machen können. Oder ob wir den langsam durchlaufen lassen müssen. Okay, bis jetzt scheinen wir Glück zu haben. Aber wir sind auch noch nicht an der kritischen Stelle angelangt. Die kritische Stelle war, glaube ich, da, wo wir angefangen haben, ne? An dem Steg. Da waren die Kerzen plötzlich wieder an. Ich weiß nicht, ob es da eine gewisse Reihenfolge gibt, ob wir anders vom Anfang müssen mit dem Auspusten oder so. Aber das ist ja Quatsch, weil hier hat es ja auch alles jetzt funktioniert bisher. So, und ich werde verrückt, wenn das jetzt da wieder ist. Und ich ahne es, ja. Toll. Ach, warum? Ich verstehe es nicht. So, wenn wir uns jetzt nähern, hauen die ab. Ich kann die auch nicht auspusten. Das ist so nervig, wirklich. So, die hauen jetzt ab. Hm? Das Licht ist... So, ich probiere es jetzt einfach mal mit der anderen Reihenfolge. Aber hier sind sie... Hä? Nehme ich jetzt babbeln? Hier sind jetzt die Kerzen aus. Alle? Ist jetzt auch die in dem Haus noch aus? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum sind die alle aus? Und die anderen wieder an? Wenn nicht jetzt die anderen auspusten hier, sind denn die wieder an? Weil das macht ja keinen Sinn. Dann schaffe ich es ja nie. Das ist echt... Das ärgert mich. Das ärgert mich richtig doll. So. So, soll ich jetzt zuerst die auspusten? Ne, ich puste jetzt mal zuerst die anderen aus, denn die sind auch wieder an. So, also probieren wir es mal. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wenn das hier nicht funktioniert, dann kommen wir nämlich gar nicht weiter. Das ist das Problem. Mensch, jetzt mach doch mal hier. Ich werde langsam wieder... Gute Nacht, Mama. ...ein bisschen... ...pissig, ja. Pissig, kann man nennen. Es gefällt mir ja selber nicht, wenn ich so bin. Aber es regt mich auch auf, wenn das nicht gleich funktioniert, wenn das so offensichtlich ist. Ja, jetzt sind die nämlich auch wieder an. Seht ihr? Hm. Oder wir müssten einfach zurückgehen, also bis ganz nach vorne, wo diese komische Statue ist. Dann wieder bis hierher gehen, dann ist das wieder an. Dann machen wir wieder die zuerst aus. Ich weiß nicht, ob wir halt eine gewisse Reihenfolge machen müssen beim Auspusten der Kerzen. Dass diese vielleicht hier alle zuerst aus sein müssen. Keine Ahnung. Und es bleibt nichts anderes übrig, außer das noch ein paar Mal auszuprobieren. Und es ist so langweilig, ich weiß, es tut mir auch leid. Ich... ...wäre auch gerne weiter jetzt mittlerweile. Und nicht hier drei Folgen lang nur zuschauen, wie... ...Sedwig unsere... ...nicht unsere, sondern wie Sedwig die Kerzen hier auspustet. Unsere Kerzen sind es ja nicht. Ich würde die einfach alle einsammeln, damit die gar niemand mehr anzünden kann. ... So, Spot. Kann ich leider noch nicht anfassen. Das ist noch zu weit weg, jetzt geht's. Aber jetzt krieg ich ihn natürlich nicht zu fassen. So, jetzt müssen wir uns das wieder antun hier und ich wette, es wird wieder nicht funktionieren. Warum sollte es auch? Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich. Ich kann das leider nicht wegklicken. Und auf ein neues. Auf ein neues, ja. Und hoffentlich auf ein letztes. Aber wie gesagt, es wäre zu schön, um wahr zu sein. So, hier kann ich leider nicht schneller machen, weil wir hier noch nicht beim Ende des Bildschirms angelangt sind. Das ist aber auch ein großer Bildschirm hier. Und tadaaa! Super! Okay. So, haut ab. Ja, los. Gieß dich aus. So, ich werde jetzt nochmal nach hier vorne gehen. Hier ist natürlich auch wieder alles an. So, jetzt müsste theoretisch im Dorf auch wieder alles an sein. So, und ich werde das jetzt einfach mal in der gegensätzlichen Reihenfolge alles auspüsten. Gegensätzliche Reihenfolge? Nee, ist ja Quatsch. Hab ich nicht vorher auch die Reihenfolge gemacht? Jetzt bin ich verwirrt. Das war doch alles aus. Moment, ich muss mal kurz verlegen. Das aus war und das andere war ja an. Das habe ich zuerst ausgepustet und dann das hinteren. Das hinteren ist dann wieder an. Ist das zuerst das hintere auspusten? Nee, das macht ja keinen Sinn. So haben wir es doch dann gemacht. Ja, die an waren, haben wir die ausgepustet. Dann waren wir hier und die waren auch wieder an. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach nochmal ganz nach hinten gehen. So, zwei Versuche gönne ich mir noch und danach, keine Ahnung, röre ich das Spiel wahrscheinlich nie wieder an, wenn das hier nicht funktioniert. So, also ich werde jetzt von hier das Feld rückwärts aufrollen quasi und jetzt mal alle Kerzen an dieser Reihenfolge auspusten. Und wenn das nicht funktioniert, machen wir das genau anders. So, das ist jetzt die NCD, die ich jetzt noch habe. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist hier, dass man die in einer spezifischen Reihenfolge auspusten muss. Das wäre, also das wäre echt heftig. So, jetzt gehen die mit aus. Oh, hier sind auch so verdammt viele, ne? So. Hier haben wir keine, aber hier steht noch. Hier steht noch was rum. Ich würde einfach den Docht abschneiden. Dann kann die gar niemand mehr anzünden. Aber leider haben wir nichts dabei, was damit wir das abschneiden können, beziehungsweise ist das vom Spiel nicht zu vorher gesehen. Nee, Mensch. So. So, jetzt kommen wir hier. Das ist ein Haufen aus. So, jetzt sind die beiden. Diese. Und jetzt haben wir noch die hier. Jetzt bin ich gespannt, ob die anderen jetzt wieder an sind. Na, das wird ja. Na, dann können wir die Reihenfolge hier vergessen. Gute Nacht, Mama. Also wenn wir jetzt zurückgehen und die Kerzen hier im Dorf sind wieder an. Ich drehe durch. Ich drehe durch. So, soviel zu unserer Reihenfolge, die damit nichts wird, weil die Kerzen wieder an sind. Okay, also diese Reihenfolge können wir quasi schon mal vergessen. Ich werde jetzt trotzdem auspusten und nochmal zu den Jackis gehen. Mal wieder an. Okay, also wenn wir halt ganz nach vorne gehen, ist überall alles wieder an. Also müssen wir theoretisch dann doch vielleicht andersrum beginnen. Also wenn wir dann vom Steg aus zuerst alle auspusten, dann gehen sie hier. Weil ich glaube, sobald wir vorne am Steg sind, sind halt wieder alle Kerzen an. Aber andersrum scheint es ja genauso zu sein. Sobald wir hinten bei den Jackis sind, sind vorne die Kerzen wieder an. Ich frage mich, was ich hier falsch mache. Kann man nicht sein, dass wir jetzt hier eine ganze Folge damit verbringen, Kerzen auszupusten und ich irgendwie versuche, dämlich zu quatschen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und das mir nur mäßig gelingt. Denn ich finde es selber schlimm, das hier 10.000 Mal zu wiederholen. So schön, wie ich das Spiel bisher fand, aber an dieser Stelle finde ich echt fies. Richtig fies. Sobald ich halt nicht weiß, wo mein Fehler liegt. Und wir, wie gesagt, nicht mehr viele Möglichkeiten haben. Ja, guck mal, es bohrt, bla bla. So. Käst euch mal aus. Mal alle angetreten hier. Zap, zap, zap. Schönen Reihe und Glied. So. Ja, hier vorne, das ist ja alles kein Ding. Die sind bis jetzt immer ausgewiesen. Vorne die beim Steg und die an der Brücke halt. Die sind dann immer wieder an. So. Und da sind sie auch wieder an. Ich krieg, äh, wirklich, ich krieg die Krise. So, komm, verschwindet. So, jetzt gehen wir nochmal nach vorne. So, jetzt geh ich nochmal zum Dorf. So, Kerzen sind alle wieder an. So, jetzt gehen wir wieder ganz nach vorne und machen jetzt von hier alles aus. Und wenn das nicht geht, Leute, habe ich keine Ahnung, tut's mir leid, dann weiß ich nicht. Dann komme ich nicht weiter. Dann muss ich mir irgendwie mal Lösen gucken oder so. Oder mir mal bei anderen. Bei anderen Let's Plays das mal angucken. Das würde mich echt interessieren, ob bei anderen Let's Plays da auch so Probleme waren mit den Kerzen oder ob ich jetzt hier die Einzel bin, die was auch immer hier falsch macht. Also wie gesagt, ein letztes Mal, dann, ähm, wende ich erstmal die Aufnahme. Und dann, wenn es nicht funktioniert, wie gesagt, gucke ich mir andere mal an. Dann melde ich mich hier zurück, wenn ich schlauer bin. Oder wenn ich einfach nicht habe, dass es bei mir in Back ist oder so und es nicht funktioniert. Keine Ahnung, kann ja auch sein. Wer weiß das schon. Es sind auch noch so mühsam, so viele, ne? So mühselig ist das Ganze. So, jetzt kommt hier nochmal so viele, die wir auspusten müssen. So, zweimal. Und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt das Rätsel als Lösung war. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ehrlich gesagt, andersrum geht es ja nicht. Wir haben es andersrum versucht. Sobald wir vorne die ausgepustet haben, waren die anderen wieder an. Die haben wir dann ausgepustet. Und dann waren die vorne anscheinend ja wieder an. So ist es halt weg. Stell dich da hin, Spot. Dich brauchen wir jetzt wieder. Guck mal, Spot. Ja, guck mal. Hubs du Bein. Und auf ein Neues. Ja, und auf ein Neues. Und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Ah, ich kann ausrasten. Mensch, jetzt mach. Ah, jetzt haben wir wieder den furchtbar langen Weg, um nur feststellen zu können, dass gleich wieder bei der Brücke die beschissene zwei Kerzen an sind. Ich hasse Kerzen. Mittlerweile. Oder der Typ, der die Kerzen anmacht. Verdammt. Verdammt sei er. Ja, ich dreh durch. Sorry, das musste sein. Boah, ey, Leute, wirklich. Gut. Ich habe keine Ahnung. Ich warte jetzt, ob es die Jacki verschwunden sind. Ja, und dann werde ich jetzt mal nachschauen. Wo sind denn die Jackis hin? Das Licht der Kerzen. Ja, das Licht der Kerzen. Du mich auch. So. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Mal. Beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich ranhänge oder ob ich neu starten werde. Ihr werdet sehen. Bis dahin. Tschüss.